Wo sind wir so oft, wenn nicht bei der Arbeit oder zu Hause? Wir sind dort an diesem für uns so besonderen dritten Ort, wo so vieles passiert wie selten anderswo, wo Leben sehr lebendig ist, an einem Ort, wo wir treffen, wer uns wichtig ist oder ganz neu kennenlernen. Ein Ort, an dem wir für einen Moment vieles vergessen, besprechen und beobachten können. Für eine Weile ist dieser Platz ein Teil von uns. Eine Entdeckung, die zur Ergänzung wird. Ein Lieblingsort, der uns selbst ausdrückt, wenn wir ihn zum Treffpunkt wählen. Der Ort für Aussprachen, Liebeserklärungen, Hochzeiten, Geburtstage, Abschiede, Jubiläen, Weihnachtsfeste, Dialoge, Monologe, Statisten, Darsteller und immer auch ein Ort für Genuss. Er fehlt, der besondere dritte Ort. Wir vermissen ihn. Er muss jetzt ruhen in der Unruhe dieser Zeit. Er wartet ungeduldig. Mit unglaublicher Vorfreude auf unser Wiedersehen. Ihre Restaurants, Cafés, Hotels, Caterer, Bars, Clubs und Imbisse. Ich bin dran für heute. Ich bin dran für heute.